so aus und wieder ein ich habe aus und wieder eingeschaltet und herzlich welcome back ohne vorrede ich muss jetzt x und dann geht's los naja gut alle ich grüße alle und cyberpunk und irgendwie warte es kenne worte ich kenne die absturzstelle jetzt kennen oder hatte das kenne linker bumper oder muss ich da muss ich da das musik doch als musik das kennen oder wenn du die absturzstelle tut mir leid ein klan und das kennen oder wollte ich muss ich da was alle wenn sie keine sorge das kann man so nicht sagen sie haben und jetzt hätten wir den ecken die umgebung reicht aber dafür müssen wir ihn erst erreichen das sind fünf krank auf patrouille hat die spiele und da ist einer und jetzt verbindung jetzt trenne ich habe ein smartphone aber ich benutze es nicht aus prinzip ich verweigere mich die aufhalten sobald ich den raketenwerfer erledigt habe melde ich mich dann kommst du und hilf mir mit dem das macht man da kenne ich nix ich habe immer noch mitsch gewehr ich gebe dir von hier aus deckung gute idee gut also los oder mundschinelle zieht ihr die zieht ihr die absturzstelle rein wo ist warte muss ich jetzt schalte die jetzt wird es irgendwie verfeindlicher bereich schalte den geschützter maus ja ich spiele mit trainer jetzt hoffe ich mal dass weil sonst kann ich das spiel wegschmeißen verstehst du und dazu ist es zu teuer schalte den habe ich eine waffe oder habe ich irgendwas oder warte ich habe habe ich gar nichts ne wo habe ich denn jetzt keine waffe oder doppeltippen ausweichen schnell angriff halten blocken wo kriege ich ihn jetzt meine waffe her Sitzel äh neutralisiere den Boss würde ich noch machen äh neutralisiere die Einsatz ich muss den schießen schießen oder warte ah der kommt schon da oh oh wobei ja da ist einer habe ich noch Munition ja ich bin mit trainer dass ich das jetzt meine kollegin das schießt was muss ich nicht muss da ist noch gut da jetzt drauf ballern oder das ist die kollegin oder wo jetzt einfach drauf nee wort da jetzt kommt ja da war doch irgendwo so ein ding was muss ich kommen zu mir da war ja das war ja wo ist die kollegin wo ist denn die kollegin da rein springen wie kann ich springen mach die tür auf oh warte hilfe ganz ruhig tolles spiel letzte chance du musst nicht sterben reden wir ja irgendwann schon du bist uns scheißegal lass ihn gehen und sagt mir nur wo euer passagier ist nicht wo sie ihn hingebracht haben du weißt es nicht oder du willst es nicht sagen lass mich die systeme wieder zum laufen bringen ich funke die einheit an wir reden aber nur du erinnerst dich an den kauf wir reden ja ne au warte hilfe oh scheiße ähm nur ein paar kratzer ah ja verdammten idioten ich bin mit 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 Äh, sprich mit... Jetzt, komm, ja. Skorpion und deine Leute. Tut mir leid, dass wir nicht eher hier waren. Es waren gute Menschen, die Besten. Sie hätten hier nicht sterben müssen. Ich hätte ihn aufhalten müssen. Ich hab's versucht. Er hätte auf dich auch nicht gehört. So war er schon immer. Und Tante Sturkopf. Ich nehm mal an, ihr wart für den AV hier draußen. Ja, hallo. Die Frage ist bloß, warum. Ähm. Aha, was heißt AV? Hast du was gesehen? Äh, Allradvehikel, oder? Nach Westen, kleine Einheit. Westen, im Westen ist es am Westen, oder? Oder im Osten ist es am Boston. Kann man auch sagen. Ja, wir wollten euch warnen. Hatten aber keine Verbindung. Tja, das sind immer so die Probleme. Reibensprennen. Panam, hör zu. Ich weiß, es ist gerade schlecht, aber ich brauche Hellmann. Wie sieht's aus? Das sieht ja aus hier, hallo. Ich halte immer mein Wort. Känguru. Und ich werde diese Hurensöhne kriegen. Eier. Ich schwöre. G. 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 G ist ein Buchstabe des Alphabets. A, B, C, D, I, F, G. Das Geschütz klemmt manchmal. Klemmen wir mal. Das kenne ich. Klingt gut. Kang Tao hat den Kontakt zum AV verloren. Sicher suchen sie nach ihm. Behalten euch. Aber Panam. Du kommst zurück für deinen Fauen, oder? Versprochen. Geht's jetzt noch weiter hier, oder? Dann mal los, bevor das Rettungskommando kommt. Panam. Skorpion und die anderen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ehrlich, ich helfe dir, dich an Kang Tao zu rächen. Ich werde sie vernichten, wie? Bis auf den letzten Schuss. Wir stecken hier zusammen drin. Bis zum bitteren Ende. Ja. Das Gefühl habe ich auch. Du hast mir mit Nash geholfen. Mit Mitch. Ich weiß, ich stehe in deiner Schuld. Deinen Hellmann. Ich werde ihn finden. Aha. Also willst du nur nicht, dass ich bei dir in der Schuld stehe? Nein. Nomaden stehen füreinander ein. Aha. Bin ich jetzt eine von euch? Du bist drin, wie? Los. Und ich sind sie nicht weit gekommen. Oh, wir müssen wir sehen. Jetzt müssen wir es kennen. Oh, ich kenne die Fahrzeugspuren. Jetzt warte. Ja, die waren hier. Dann nichts wie hinterher. So. Äh, Folge. Folge. Muss ich jetzt da mit dem Motorrad fahren? Oh, das ist eine BMW, oder? Nee. Muss ich jetzt fahren, oder gehen? Folge. Sollen wir jetzt da mit dem Motorrad fahren? Kann man das aufschreiben? Wahrscheinlich muss man da... Motorrad... Hm. Da, oder? Kommt die Kollegin da hinterher, oder? Wahrscheinlich muss ich... Skorpion wusste, dass ich Night City hassen würde. Hm. So gut, ganz ehrlich? Wahrscheinlich besser, als ich mich selbst. Da muss ich jetzt aufpassen, weil ich sterbe da, wenn ich da anstoße irgendwo. Und füllen ein paar Thermoskannen mit Kaffee und Whisky. Und dann fahren wir einfach los. Boah, Grafik ist aber gut hier. Hallo. Klick nach einem echten Abenteuer. Hoffentlich stürzt sich da jetzt nicht irgendwo in die Grube. Ist die Kollegin auch da, oder? Hey, ich weiß, aber... Tolle Kraft. Also, hier die Büsche ist sehr detailreich. Also, da muss man jetzt mal hier so hinnehmen. Ist also eine gute Grafik. Ich fahre jetzt hier mal vorsichtig, geländemäßig da rum. Ich bin da selber auch mal Gelände gefahren. Lange Zeit habe ich eine eigene Maschine gehabt. Eine Enduro. Eine Yamaha. DT175. Ne, nicht die MX. DT175. Und DT heißt Zwei-Takter. Dual-Takter. Zwei-Takter. Im Gegensatz zur XT, das waren die Vier-Takter. Mein Bruder hatte eine XT. Ich fahre jetzt der Mini-Web nach. Also, ja. Ich bin schon ganz schön Gelände gefahren. Oh, da ist ein Geschütz-Forn. Oh. Und jetzt. Äh. Leute, da jetzt muss ich mal absteigen. Warte. Jetzt muss ich die umhauen. Warte, wo sind die? Ah, dro. Hier hingehen. Und jetzt neutralisiere ich dort wieder, oder? Nicht, dass ich jetzt meine Kollegin schieße. Das ist ein Böser, oder? Wo sind denn die Bösen? Ja, ich habe einen Trainer. Ja, Gott sei es gibt die Vormilch. Ich stehe nix. Da drohe ich es einer. Der Rest muss Hellmann mitgenommen haben. Wenn Sie es schaffen, sich neu zu formieren, durch Hilfe zu rufen, sind wir am Arsch. Ah. Dann sollten wir uns beeilen. Dann sollten wir. Ich muss jetzt da hingehen. Folge, den muss ich jetzt zu Fuß, oder? Oder im Auto. Oder im Motorrad. Oh wei, äh. Ah ne, muss ich jetzt. Steig aufs Motorrad. Optional. Wo ist denn mein schickes Motorrad? Oh wei, das war da vorne. Oh wei, wo habe ich das jetzt wieder hingelassen? Oh ne. Optional. Steig aufs Motorrad. Wo ist denn mein Motorrad? Müssen wir das nicht auch? Da. Da ist er. Komm her. Boah, das sieht er aus wie hallo. So. Ob die jetzt sind. Da komme ich nicht durch. Da komme ich nicht durch. Ja, ja, ja. Ich bin gerade dabei. Ah. Bin ich hier schon in der nächsten Mission, oder was? Live during wartime? Ja, wenn wir jetzt einen Speierpunkt kriegen, könnten wir pausieren. was denn? Was hier ist mein Leben? Ich springe von einem verfickten Scheißoffel in den Liebsten, noch äußeren. Reifenspuren, ja, jetzt sehe ich es auch. Ja, Reifenspuren. Jetzt komme ich es auch so. Ich will nicht mehr, dass du weh, wenn ich noch mal was verkacken, finde ich gefälligst in den Arsch. Ah ja. Aber du hast nichts wahr. Ja, ich verspreche es mir. Also gut, versprochen. Jetzt schauen wir, dass wir einen Speierpunkt... ...und dann ist das so. Ja, guck, guck, guck. Au, 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 au. Hat da Schiss da einer, oder was? Oder wie? Ah, da Schiss da einer, oder? Da ist der andere Kollege da am Start hier. Ah, das ist die Kollegin, oder? Nee. Warte, ich muss meine Kollegin in die andere bescheiden. So. Wobei, oben ist das GEMA-Musik hier. Äh. Ah. Oh. Oh, die geht durch die Luft, die Kollegin. Verstehe. Und jetzt? Ich schaffe die ja zu... ...abscheinen. Jetzt muss ich ja absteigen, oder? Oh, ja. Sie haben vielleicht schon eine Extraktion angefordert. Ja gut, jetzt schauen wir mal, dass wir hier einen Speicherpunkt kriegen. Verschaffen die Schuhtritschutankstelle. Ja. Ähm. Ja, ich hab mit Trainer, da kann man jetzt schon mal reingehen. Da kann ich jetzt hier mal reingehen. Kann ich das jetzt aufmachen? Ich komm her. Huch, das ist mein Schatten. Ich glaub, das sind die Bösen. Komm ich denn da jetzt rein? Boah. Toll. Toll, toll. End now. Nicht wundern, ich hab ähm... Trainer. Ich übernehme das. Oh. Wird da wartet da rein gehen? Ne, da geht's auch. Ich seh Autos. Normaler. Auch nicht rein. Pitch-Protokoll. Kann ich das hecken, oder? Ich bin vom Clan. Und now. Und now. Ich hole das hecken. Ähm. Ausfüllen. Oh, warte, jetzt warte. Äh, muss ich das drücken, oder? 1c. Und jetzt brauchen wir... Äh, warte, was brauche ich dann? E9, oder? Ne. Was brauche ich? E9. Oh, wei, oh wei. Was drücke ich denn hier wieder? Ne geschlagen. Äh. Und now. Worteile öffnen. Was ist das? Äh. Ich hab null Ahnung an dem Spiel. Und now. Und now. Und now. Worteile öffnen. Was ist das? Äh. Ich hab null Ahnung an dem Spiel. Und now. Au. Ich bin drin. Hellmann. Er muss hier irgendwo sein. Hellmann drin. Ah, die schießen hier alle. Ich schieß auch mal. Äh. Die schießen jetzt alle um. Ja, komm, ja. Ähm. Ich bin der Hellmann in der Tank. Hoffentlich erschieß ich den jetzt nicht aus. Mal sehen. Wer ist denn das? Ist der ein Böser, oder? Ich bin der Hellmann in der Tankstelle. Ich muss jetzt erst alle erschießen. Und dann muss ich den finden, oder? Ich bin der Hellmann in der Tankstelle. Da muss ich wieder scannen, oder? Äh. Ist der unten? Der ist wieder. Der ist wieder unten irgendwo. Ich sehe nix. Da ist einer. Du sollst den umhauen. Der ist wieder mal. Da muss ich irgendwo runter oder rauf. Oder. Ich bin der Hellmann in der Tankstelle. Der ist. Da muss ich jetzt irgendwo. Äh. Da ist er. Da ist es der. Was muss ich jetzt machen? Ich bin der Hellmann in der Tankstelle. Enten auch. Das ist der nicht. Also bin ich wieder draußen. Könnte ich das nicht ausmachen. Das ist der da oben. Der Böser. Da ist er, oder? Entschuldigung. Nicht schießen. Ich bin unbewahrt. Mhm. Was zum Teufel machst du hier? Das ist meine Tankstelle. Mein Name ist Martin. Mhm. Wenn wir jetzt einen Speierpunkt haben. Irgendwie. Ich bin ich jetzt richtig hier. Ich bin ich mein erstes Mal. Wenn sich der Staub gelegt hat, verschwinden die Probleme so oder so. Mach ich das jetzt richtig? Und ich? Ich klopfe mir den Staub ab und gehe zurück an die Arbeit. Ähm. Warte. Hast du Hellmann in dem? Sie hatten einen Mann dabei, den ich suche. Zivilist. Du musst ihn gesehen haben. Mhm. Bin ja nicht blind. Wo halten sie ihn fest? In der alten Garage. Wahrscheinlich in der oberen Garage. Danke. An deiner Stelle würde ich eine Weile hierbleiben. Ja. Speierpunkt bitte. Obre. Obre. Ich weiß, wo sie Hellmann fest haben. Obre. Ich gehe rein. Wo geht's denn da nach oben? Das. Der ist ein Bücher, oder? Äh. Ich muss irgendwo nach oben. Gestern. Wo ist ein Springen? Ist irgendwo nach oben? Da. Da geht's. Da. Wo ist denn? Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's rauf, oder? Dann gehen wir da rauf. Geben wir da rein. Eine tolle Taschenlampe. Äh. Geben wir da rein. Da. 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 Ganz ruhig. Wir müssen reden. Ah ja. Hoffentlich. Willst du mich zurückbringen, oder? Oh. Charlie Schill. Oh. Muss ich den jetzt schlage? Hellmann. Bewusstlos. Warte. Wie mache ich das? Äh. Kein Fan vermute ich. Äh. Ich weiß das nicht. Ich weiß gar nicht, vor wem er mehr Angst haben soll. Dem da. Vor dir oder Arasaka. Muss ich warten, bis der fertig gequatscht hat. Äh. Muss ich warten, bis der fertig gequatscht hat. Und jetzt? Äh. Nimmst du dich persönlich. Ah ja. Prümer. Du wolltest doch Takemura informieren, wenn du Hellmann hast. Äh. Sekunde. Ich ruf ihn an. Na gut. Okay. Ähm. Ähm. Rufetakemura. Rufetakemura. Da muss ich jetzt das Handy jetzt warte. Rufetakemura an. Takemura anruf. Der ist so. Habe ich das richtig? Du hast Hellmann. Das ist ein fettes Ass im Ärmel. Versuch was damit zu erspielen. Richtig gemacht, oder? Takemura hat mir das Leben gerettet. Schon vergessen? Habe ich, äh. Alles für ihn von Vorteil war. Reine Eigennützigkeit. Du kümmerst ihn einen Scheiß. Was? Prümer. Ähm. Nochmal anrufen? Muss ich noch? Ah, jetzt. Ähm. Reine Fresse. War nicht gerade sonderlich gespräch. Gut. Okay, Freunde. Ich bin unterwegs. Ja. Die Menschen, wir brauchen einen Sperrpunkt. Ruf. Äh. Was? Nimm Hellmann mit. Jetzt müssen wir ein bisschen Pause machen, Freunde. Ich schalte aus und wieder ein, oder? Pause. Aus und wieder. Tschüss, bis gleich. Tschüss, bis gleich. Tschüss, bis gleich.